Standard, ja, Push und Bakalotz, das passt, passt es auch, diesmal es passt, 1-0. 65. Minute, der Führungstreffer, Marvin Bakalotz, heute mit der Kapitänsbinde für Stoppelkamp, der sich in der Situation gerade warm gemacht hat, wollte eigentlich in der nächsten Aktion eingewechselt werden und der MSV macht für ihn, ja, alles perfekt.